Musik In unserer Werkstatt erschaffen wir Modernes, Großes, Einzigartiges und Individuelles. Wir lassen uns gerne von außergewöhnlichen Ideen herausfordern. Wissen aber auch, das Alltägliche zu schätzen. Unser Name steht für Klasse, nicht für Masse. Nur so entsteht etwas Besonderes mit allerhöchster Qualität. Wir bauen nicht nur Möbel, unsere Werkstücke, Gestaltenräume. Ob Designertreppen oder exklusive Möbelstücke, eine Haustür oder nur ein Tisch. Uns ist keine Idee zu simpel und kein Gedanke zu schräg. Tradition und Innovation, moderne Konzepte und langjährige Erfahrung machen uns zu einem verlässlichen Partner an ihrer Seite. Jeder Einzelne in unserem Team bringt dafür andere Stärken mit. Wer wir sind, wir sind die Schreinerei Kreuzeder aus Freilassing im Berchtesgadener Land.